So, dann kommen wir zu einem alten Bekannten, der es auch nicht besonders gut mit Holger Bartschuber aushalten konnte, glaube ich, nämlich Tim Walter, Sebastian, der hat sich endlich mal zu Wort gemeldet und bevor wir dieses Thema jetzt hier beackern, muss ich vorher ein Disclaimer anbringen und zwar, also ich bin immer noch so ein bisschen verliebt in Tim Walter, muss ich leider zugeben, es hätte mir sehr gefallen, wenn Tim Walter hier beim VfB erfolgreich geworden wäre, denn irgendwie mag ich den Typen Tim Walter, ich weiß, da werden jetzt viele mit der Stirn runzeln, aber ich weiß nicht, ich fand das auch mal cool, dass sich jemand hingestellt hat und einfach sein Ding durchgezogen hat, seine dann manchmal arrogant wirkende Art, habe ich eher als Überzeugung ausgelegt und das fiel mir dann auch ein Stück weit, wenn da ein Trainer steht, der von dem zu 100% überzeugt ist, was er da von sich gibt und ich mag auch Matarazzo, aber da fehlen mir manchmal die Emotionen, also da kann man mich dann doch eher abholen, wenn man Emotionen mit reinbringt und Matarazzo mag absoluten Fachmann auf dem Gebiet des Fußballs sein, aber er ist halt mir zu wenig emotional und das gefiel mir bei Tim Walter ein bisschen besser, aber... Genau, aber wenn du jetzt glaube ich mit Peregrino Matarazzo reden würdest und würdest ihm sagen oder fragen, meinen sie, dass sie in die Rolle des Bundesliga-Cheftrainers noch ein bisschen reinwachsen müssen, würde er, schätze ich ihn jedenfalls so ein, sagen, ja natürlich, man entwickelt sich, würde irgendwas Schlaues sagen und wenn du die gleiche Frage Tim Walter gestellt hättest, der wahrscheinlich gesagt hat, nee, ich bin jetzt schon eigentlich ein zu guter Trainer, also überzogen gesagt. Ja, ich weiß auch, was du hinaus willst. Und so dieses von Bruno Labbadia damals in Umlauf gebrachte Zitat, der Demut, das hat mir bei ihm so ein bisschen gefehlt, also ich finde es schon gut, wenn man selbstbewusst auftritt, finde ich klasse, aber ich finde, er hat halt stellenweise einfach nicht die richtige Mischung getroffen. Vielleicht hätte es sich auch noch geändert, weiß man nicht, aber ja, das war mir teilweise einfach ein bisschen zu viel. Er möchte es ändern, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Wir werden jetzt so ein paar Zitate von Tim Walter hier euch vorlesen, die stammen aus dem Fußballmagazin Sokrates. Da gibt es ein sehr ausführliches Interview mit Tim Walter, ich habe mir das Heft gleich bestellt, leider Gottes ist es nicht rechtzeitig angekommen und ich muss mich dann jetzt hier auf die Zitate berufen, die in den frei zugänglichen Medien anzutreffen waren. Und sobald es da vielleicht noch weitere interessante Zitate geben sollte, werden wir das in einer der kommenden Sendungen natürlich dann noch vertiefen mit Tim Walter, weil er sagt wirklich vieles, was sehr interessant ist und wenn man sich das so durchliest und kurz durch den Kopf gehen lässt, merkt man auch, dass er, ja, manchmal wirkt es belanglos, aber wenn du dir dann Gedanken eben drüber machst, merkst du, nee, er trifft da eigentlich genau den Nagel auf den Kopf. Ich würde mal sagen, wir fangen mal direkt an mit dem Thema Zusammenarbeit mit Thomas Hitzesberger und Sven Missender. Da sagt nämlich Tim Walter folgendes, wir waren alle top motiviert, aber natürlich hatten wir alle auch unsere eigenen Ansprüche und Vorstellungen. Wie bei einer neu zusammengestellten Mannschaft braucht es auch bei einem komplett neuen Führungsteam immer ein bisschen Zeit, bis alle Rädchen ineinander greifen. Das war uns allen bewusst, aber wenn dann das ein oder andere erhoffte Ergebnis ausbleibt, wird es vielleicht schneller, schwerer, das Ergebnis nicht direkt mit der Entwicklung der Mannschaft gleichzusetzen. Man wird dann vielleicht schneller unruhig als nach vielen gemeinsamen Jahren der Zusammenarbeit. Die Zeit, um komplett als Trio zusammenzuwachsen, hat am Ende leider nicht ausgereicht, aber deswegen kann ich Thomas und Sven keinen Vorwurf machen. Ich bin beiden dankbar über die Möglichkeit, dass ich den VfB trainieren durfte. So, lange Zitat, Sebastian, aber ich frage dich einfach mal, welche Aussagen haben denn bei dir das Öhrchen klingeln lassen? Also zuerst mal, dass auch jeder seine eigenen Interessen hat oder eigene Ansprüche und Vorstellungen. Das fand ich ein bisschen erstaunlich, weil wenn du halt irgendwie zu dritt in die Saison gehst, dann solltest du ja eigentlich, also nach meinem naiven Dafürhalten, die eigenen Ansprüche und die Gemeinden, also die Ansprüche und Vorstellungen teilen. Also, weil eigentlich sagst du, hey, welche Ansprüche haben wir in der Saison? Aufstieg, welche Vorstellungen haben wir? Attraktiven Offensivfußball. Und dass da dann jeder seine eigenen hat, das fand ich ein bisschen komisch. Und also, was er da sagt, macht natürlich total Sinn. Wenn du natürlich schon ein paar unruhige Zeiten gemeinsam durchgestanden hast, dann wirst du vermutlich deinen Trainer auch nicht so schnell rauswerfen. Und natürlich kann ich auch nachvollziehen, dass sich Tim Walter ein bisschen wundert, dass er nach der ersten Krise rausgeworfen wird und sein Nachfolger bekommt in der ersten Krise seinen Vertrag verlängert. Also das hätte mich, glaube ich, auch ein bisschen irritiert. Jetzt kann man sagen, okay, da hat dann auch vielleicht die Führung des VfB eine Lernkurve durchgeschritten und handelt jetzt anders. Aber das würde mich, glaube ich, an Walters Stelle auch so ein bisschen irritieren. Also du hast es im Endeffekt perfekt zusammengefasst. Da muss ich gar nicht viel ergänzen, aber irgendwie liegt es in meinem Naturell, dass ich dann doch noch was dazu sagen möchte. Ja, also das mit den Ansprüchen und Vorstellungen, das ist mir nämlich auch direkt aufgefallen, weil es klingt für mich danach, als ob unter Umständen Tim Walter der Meinung war, die Mannschaft muss sich eben dann nachhaltig und langsam entwickeln. Und manchmal gehört auch dazu, dass man mal auf die Fresse kriegt, gegen wen Wiesbaden, aber ansonsten eigentlich ein gutes Spiel macht. Oder ein anderes Beispiel, in Hamburg gehst du mal unter. Aber insgesamt muss man ja wirklich sagen, dass das eigentlich ein Freak-Spiel mit einem Freak-Ergebnis war. Also das hätte der VfB nicht 6-2 verlieren müssen. Und wir erinnern uns da an nicht gegebene Elfmeter, dumm verursachte Gegentore. Also das hätte auch gut und gerne 2-2 ausgehen können. Oder 6-6, muss man ehrlicherweise sagen. Also alles wäre möglich gewesen. Das ist ein Thema gewesen. Und was ich dann auch interessant finde, dass er das halt so hervorhebt, dass der Satz war, man wird dann vielleicht schneller unruhig als nach vielen gemeinsamen Jahren der Zusammenarbeit. Also wenn es mal nicht läuft. Das klingt ja schon danach, dass Tim Walter, er hat sich da auf die Entwicklung bezogen, eben eine Entwicklung erkannt hat. Und Thomas Hitzisberger und Sven Missenthal, wir wissen jetzt nicht genau, wen er hier anspricht, das anders bewertet haben. Also das klingt für mich da auch durch. Dass er der Meinung war, die Mannschaft entwickelt sich weiter und zwar auch positiv. Aber Rückschläge gehören halt dazu. Und dann braucht man vielleicht auch mal die Zeit und die Geduld, diese Rückschläge mitzunehmen. Und ja, er wächst dann stärker aus dieser Krise, so wie es ja jetzt Matarazzo auch zu schaffen scheint. Genau, also wenn man jetzt halt, wenn man ein bisschen was hineininterpretieren möchte, dann könnte man ja auch wieder sagen, die zwei sind halt zu schnell nervös geworden, weil die Ergebnisse ausblieben. Also er nimmt ja alle mit rein und sagt, wenn man das zusammen durchmacht, aber er ist ja schon länger Trainer. Also können wir auch sagen, okay, wenn die zwei ein bisschen erfahrener wären und hätten schon die eine oder andere Krise erfolgreich gemeistert, dann hätten sie mich nicht rausgeworfen. Also schwingt da für mich auch so ein bisschen mit. Und es mag ja auch stimmen, was er da sagt. Ich habe noch eine Theorie und die möchte ich jetzt von dir bewerten lassen. Und zwar könnte ich mir gut vorstellen, dass Sven Mistentat relativ schnell bemerkt hat, dass er vielleicht mit dieser Art und Weise, die du ja vorhin auch schon dann als ein bisschen überheblich beschrieben hast von Tim Walter, nicht so gut zurechtkommt. Und dass ihm das vielleicht auch ein bisschen stört, dass da einer so Alphatier-mäßig das Ding einfach so durchzieht. Und ich kann es ja einfach runterbrechen. Die beiden waren sich nicht besonders grün. Und ein Stück weit hat dann Sven Mistentat vielleicht auch gar nicht so das Verlangen danach gespürt, seinem Trainer jetzt hier dann den Rücken zu stärken, intern oder auch vielleicht dann auch extern in dem einen oder anderen Interview. Und hat dann die Chance, möchte ich fast schon sagen, genutzt, als es beim VfB nicht gut lief und hat gesagt, wir beenden das Experiment Tim Walter hiermit. Und starten mit Matarazzo nochmal neu. Und das soll jetzt nicht unbedingt direkt eine Kritik sein, weil das kann auch die richtige Entscheidung sein. Wenn du merkst, es klappt einfach nicht, ist es auch völlig legitim zu sagen, hier ist Feierabend, das funktioniert mit uns nicht. Der Erfolg des Vereins bleibt aufgrund unserer Unstimmigkeiten irgendwann auf der Strecke. Deswegen beenden wir das Thema jetzt, solange wir noch alles in der Hand haben und machen mit Matarazzo dann weiter. Aber das ist so mein Gefühl, wie das gelaufen sein könnte zwischen Mistentat und Tim Walter. Ja, halte ich für plausibel, weil natürlich ist jetzt Pellegrino Matarazzo ganz klar Mistentats Kandidat und sein Trainer. Wie das bei Tim Walter war, das weiß man ja nicht so genau. 100% weiß man es nicht. Wie weit waren die Verhandlungen? Ich sagte, 100% weiß man es nicht. Genau. Also wie weit waren die Verhandlungen mit Tim Walter fortgeschritten, als Mistentat kam? Also was hat er da noch gemacht? Hat er nur noch gesagt, ja, ist okay für mich. Aber es scheint ja tatsächlich so zu sein, dass Tim Walter jetzt auch nicht so 100% ein Kandidat von Tim Mistentat war, sondern eher ein Kandidat von Thomas Hitzelsberger. Und ja, und wenn man dann sagt, Anfang der Saison, das kann ich mir vorstellen, wir gehen so in die Saison und dann stellt man halt im Laufe der Saison fest, okay, das passt menschlich halt irgendwie überhaupt nicht, weil der Sportdirektor vielleicht gerne einen Trainer hätte, der etwas offener gegenüber seiner Inspiration ist. Und dann hast du halt einen, der sagt, ich mache das alles alleine. Und mich interessiert nicht, was du sagst. Klar, wenn es dann halt menschlich nicht passt, dann ist das zum Scheitern verurteilt. Und dann kann man natürlich auch schon nach 18 Spieltagen dann sagen, okay, das wird halt einfach nichts mehr. Und selbst wenn es mit dem Aufstieg klappt, hat das Modell, Miss Lind hat Walter, einfach keine Zukunft. Und ja, da musst du halt reagieren. Dann ist es legitim, lieber früher als später zu reagieren. Ich glaube, ich kann das dann nachher noch mit einem Zitat unterfüttern. Aber du hast vorhin ein Thema angesprochen, was auch interessant war, nämlich wie er sich so nach außen gegeben hat, mit welcher Selbstverständlichkeit er da die Gegner runtergeredet hat, möchte ich fast schon sagen. Er wollte natürlich auch auf die Aussage angesprochen und stellt keiner ein Bein. Und sagt Folgendes dazu. Dass mir so ein Satz um die Ohren fliegt, wenn wir verlieren, war mir bewusst. Damit muss und kann ich leben. Mir war es gerade in der Anfangsphase aber wichtig, meinen Jungs auch nach außen zu demonstrieren, dass ich zu 100% von ihnen überzeugt bin und für jeden einzelnen Spieler einstehe. Dabei hatte ich aber nie die Absicht, dem Gegner gegenüber respektlos zu wirken. Generell bin ich einfach sicher, dass meine Jungs nur schwer zu schlagen sind, wenn sie alles geben. Die Betonung liegt dabei auf dem Wenn. In Zukunft werde ich bei diesem Aspekt aber möglicherweise meine öffentlich getätigten Aussagen überdenken. Also, auch hier wieder vielsagend, wenn er sagt, also, ja, ich will meine Mannschaft im Endeffekt schützen. Ich will ja auch das Gefühl vermitteln, ich glaube an euch, alles cool. Aber der Satz, ja, generell bin ich einfach sicher, dass meine Jungs, und er sagt auch noch meine Jungs, nur schwer zu schlagen sind, wenn sie alles geben. Und streicht dann nochmal, die Betonung liegt dabei auf dem Wenn. Also, auch hier so eine kleine Kritik in Richtung vielleicht einzelne Spieler, aber dann letzten Endes schon an die ganze Mannschaft. Ja, hättet ihr mal alles gegeben, dann hätten wir auch nicht verloren gegen Wiesbaden, Kiel, in Sandhausen etc., oder? Genau, das ist das eine. Das ist ja offensichtlich, dass er da seine Mannschaft nochmal so ein bisschen anzählt oder sagt, hey, oder anmerkt, dass halt der Einsatzwille vielleicht nicht immer so gegeben war, wie er sich das erhofft hatte. Was ich aber dann auch am Anfang des Zitats rauskriege, und das ist für mich halt auch so 100% Tim Walter, dass mir so ein Satz um die Ohren fliegt, wenn wir verlieren, war mir bewusst, damit muss und kann ich leben. Dann muss ich sagen, mir ist ehrlicherweise komplett egal, was Tim Walter um die Ohren fliegt. Das ist mir egal. Aber dieses Zitat, mit uns stellt keiner ein Bein, das haftet dem VfB in dieser Saison immer noch nach. Jetzt noch, also beim Burby und die ganze Saison und wahrscheinlich noch in der nächsten Bundesliga-Saison. Und das ist halt eine Verantwortung, die ein Trainer des VfB Stuttgart hat. Und da ist es mir egal, ob er damit leben kann, aber das schädigt einfach den Verein. Er hat es natürlich, denke ich, auch auf der Pressekonferenz unsauber einfach formuliert. Er meinte ja ein bisschen was anderes, als wenn er gesagt hätte, wenn wir unsere Leistung abrufen und jeder Spieler alles gibt, dann sind wir so gut wie nicht schlagbar. Hat er ja recht, aber so wie er das Zitat getätigt hat, fliegt es ihm um die Ohren, aber es fliegt halt dem ganzen Verein um die Ohren. Und das wiederholt. Und auch noch, wenn Tim Walter schon längst nicht mehr Trainer ist, fliegt es dem Verein um die Ohren. Und da finde ich, hat einfach einen Trainer von einem Verein mit 60.000 Mitgliedern und einer 125-jährigen Tradition einfach auch so ein bisschen die Verantwortung, nicht aufzutreten wie der Elefant im Porzellanladen und dann zu sagen, ja, wenn mir das um die Ohren fliegt, mir ist das egal, ich kann damit leben. Also ich kann damit halt nicht so gut leben und ich finde, da hat er halt einfach keinen guten Job gemacht, weil du bist halt nicht nur derjenige, der halt den Spielern auf dem Feld sagt, was sie zu tun haben und die Mannschaft aufstellt, sondern du bist halt auch der, der halt vor einem Mikro sitzt und dann halt da seine Statements tätigt. Und da hören halt viele Leute zu und dann solltest du dir überlegen, was du sagst. Und so ein Statement, finde ich, geht halt nicht. Und Markus Weinzierl, der sagt, nach Sandhausen will niemand, auch ihr nicht, das geht auch nicht. Und da musst du halt einfach auch bedenken, dass du halt nicht nur Trainer bist, sondern halt auch ein Stück weit Repräsentant des Vereins. Und ich finde, das Zitat ist halt auch so ein bisschen entlarvend. Also Tim Walter guckt halt dann, ja, auch viel auf sich und nach links und rechts dann vielleicht nicht so viel. Wobei man natürlich sagen muss, ich finde es gar nicht so schlimm, wenn ihm das einmal passieren würde, so ein Zitat. Und er lernt dann eben daraus. Weil Sven Mislintat ist das vor dem Karlsruhe-Spiel auch passiert, dass er im Endeffekt die Kabinenansprache für die Karlsruher schon gehalten hat. Klar, auch weil er es unsauber formuliert hat. Ja, genau. Da denkst du ja auch, okay, der meint das anders. Er formuliert es halt komplett daneben. Und na klar, du druckst es aus, hängst dann die Kabinentür und die Karlsruher laufen halt 150 Prozent motiviert auf dem Platz. Ja, aber ich finde es legitim, dass ein Trainer so eine Aussage mal einfach passiert. Ist mir fast auch lieber, wenn ständig einfach nur so Worthülsen rausgedroschen werden. Natürlich, wir erinnern uns ja alle mit Schrecken an die PKs von Taifun Korkut, wo du eingeschlafen bist. Hättest du jede Woche die gleiche senden können? Ja, natürlich. Also insofern, ja, das ist halt irgendwie, finde ich, so ein schwieriger Kompromiss zwischen authentisch und mal irgendwie, ja, ehrlich und dann aber auch nicht überpacen halt. Und also der Satz, den fand ich daneben. Und wie gesagt, wenn er das einordnet, das stört mich auch. Damit muss und kann ich leben. Ja, gut, aber es hängt halt einfach dem Klub noch an, für den er halt gar nicht mehr arbeitet. Und das ist halt einfach dann was, was in meinen Augen nicht sein sollte. Ist dumm gelaufen, das stimmt. Wobei er ja den perfekten Verbesserungsvorschlag in diesem Zitat noch liefert. Weil hätte er auf diese Frage, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die Frage formuliert war, aber hätte ja nicht mit und stellt keiner ein Bein geantwortet, sondern hätte gesagt, generell bin ich einfach sicher, dass meine Jungs nur schwer zu schlagen sind, wenn sie alles geben. Die Betonung liegt dabei auf dem Wenn. Dann wäre das Thema natürlich überhaupt nicht groß aufgekocht, aber so war es natürlich dann auch mit der Absurdität, dass da der Tabellenletzte nach Stuttgart kommt, der gar nichts gerissen hat in der Saison. Und im Endeffekt war nur die Frage, ob die überhaupt eine zweistellige Punktzahl zusammenbekommen in dieser zweiten Liga. Ja, der kommt da hin und besiegt den VfB, nachdem Walter diese Aussage getätigt hat. Das war natürlich dann das Ding, was einfach die Bombe hat platzen lassen. Ja, natürlich. Und auch so ein bisschen, man sollte nicht sagen, nach Karlsruhe fahren, Dreier ziehen und wieder nach Hause fahren, sondern wenn wir auswärts gegen einen Aufsteiger antreten, haben wir immer das Ziel zu gewinnen und sind überzeugt, dass wir das schaffen. Ich meine, das ist ja nicht so schwierig. Das stimmt. Gut, dann kommen wir jetzt zu einer Aussage, die auch interessant ist für die Zukunft von Tim Walter. Und zwar geht es da um die Frage, oder was er zu der Thematik sagt, dass er mit Hoffenheim, Augsburg und auch zeitweise ja mit Berlin in Verbindung gebracht wurde, bis er der Bruno Labbadia übernommen hat. Und da meinte er, wenn man auf dem Markt ist, wird der eigene Name schnell in der Gerüchteküche gehandelt. Aber, das habe ich gelernt, die viel wichtigere Lehre ist, nee, auch das habe ich gelernt, hat er gesagt. Und jetzt kommt es, die viel wichtigere Lehre ist, gerade aus meiner Zeit beim VfB, das sportliche Führungsteam muss perfekt zueinander passen. Die Vorstellungen sollten sich idealerweise komplett decken. Wer mich verpflichtet, weiß sehr genau, was er für einen Trainer bekommt. Also das ist auch wieder so ein bisschen entlarvend, dass es offensichtlich überhaupt nicht gepasst oder nicht ausreichend gepasst hat zwischen dem Führungsteam und dem Trainer. Weil sonst würde der das ja jetzt nicht nochmal so hervorheben. davorheben. Also die sportliche Führung muss perfekt zueinander passen. Das ist ihm ganz, ganz wichtig. Und das scheint ja dann ein Stücker Dichter freiwillig zu sein. Thomas Hitzesberger hat erst Tim Walter zum VfB geholt und dann Sven Mislintat. Ich weiß nicht, ob ich da mitgehen kann. das wird ja auf diese Konstellation passen. Ja, aber ich weiß nicht, ob das so wirklich war. Ich weiß es auch nicht. Du darfst ja nicht vergessen, der hat am 1. Mai wild in den Raum gestellt. Ja, der hat ja am 1. Mai offiziell angefangen, also Sven Mislintat. Hat aber davor schon, wurde davor schon als neuer Sportdirektor bekannt gegeben in diesem Kicker, in dieser Kickermeldung, ich weiß nicht mehr genau, das war glaube ich Anfang April oder so, oder doch, das müsste Anfang April gewesen sein. Da wurde schon bekannt, dass Sven Mislintat Sportdirektor wird. Und ich gehe mal davon aus, dass Anfang April noch nicht konkret sicher war, dass Tim weiter beim VfB Trainer wird. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Ja, vermutlich nicht, das stimmt schon, ja. Also sollte er da tatsächlich Bedenken gehabt haben, dann hätte er was gesagt. Also ich glaube nämlich schon, dass die Art und Weise, wie Walter Fußball spielen lässt, das könnte ich mir schon vorstellen, dass das Sven Mislintat beeindruckt hat. Aber natürlich weißt du noch nicht genau, was da für ein Typ kommt. Du kannst es vielleicht ja ahnen, wenn du mal bei Kielern nachfragst oder bei der Kieler Presse oder bei dort Verantwortlichen oder so. Aber ja, wie es dann im direkten Zusammenspiel ist, das muss man dann immer wieder abwarten. Aber auch da muss vielleicht Sven Mislintat dazulernen, dass er nicht aufgrund persönlicher Differenzen zu schnell mit einem Trainer brechen darf. Also das muss natürlich dann auch immer im Sinne des Vereins sein. Und sagen wir mal so, bis letzte Woche Sonntag konnte man schon die Frage stellen, ob das jetzt so sinnvoll war, Tim weiter zu entlassen. Ja, jetzt kann man es eigentlich immer noch. Genau, ich wollte gerade sagen, weil auch aufgrund der Gerüchte, wo wird Tim Walter als neuer Trainer gehandelt, bei gestandenen Bundesligisten oder wenn man jetzt von Hoffenheim spricht, von einem Klub, der in Europa League spielt. Also es ist ja nicht so, ich meine, man muss überlegen, Tim Walter war bei Holstein Kiel erfolgreich, ist dann halt jetzt mal, würde ich sagen, eine Ebene nach oben gegangen, ist dann beim VfB nach 18 Spieltagen gescheitert. Jetzt könnte man ja auch eigentlich vermuten, okay, jetzt heißt sein nächster Klub dann vielleicht, weiß ich nicht, Heidenheim, Sandhausen, Bochum oder so, aber nee, also er wird als Bundesligatrainer gehandelt. Das heißt ja, an diesem Mann scheint nicht nur Kiel und die Verantwortlichen vom VfB in ihm etwas zu sehen, sondern halt auch andere Manager in der Bundesliga. Und das spricht ja absolut für Tim Walter. Also jetzt muss man natürlich gucken, kommt es so weit, dass er einen Trainersessel in der Bundesliga bekommt oder klappt das vielleicht auch nicht und wir sehen ihn dann doch gar nicht in der Bundesliga. Aber aktuell, nachdem es ja doch jetzt lange ruhig um ihn war, scheint es ja so zu sein, als ob er sich mit seiner nächsten Trainerposition nicht unbedingt verschlechtern wird. Wobei ich ja heute gehört habe, dass Tim Walter in Hamburg gehandelt wird. Das wäre das Hannes-Wolf-Schicksal. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Wobei die machen dann auch halt Schlingerkursen. Eigentlich war Hecking ja eine sichere Bank für einen Aufstieg. Jetzt klappt das nicht. Das wäre schon cool. Ich weiß nicht. Also wenn ich Tim weiterberaten dürfte, dann würde ich ihm davon abraten beim Ausbau. Er muss auf jeden Fall zu Hoffenheim gehen. Ich glaube, der wird wahrscheinlich da alles in Grund und Boden rocken. Also Hoffenheim wäre perfekt. Da hast du halt keine Fans, kein Umfeld, kein gar nichts. Da kannst du machen, was du willst. Das ist, glaube ich, da wird er der nächste Nagelsmann. Ja, also so weit möchte ich jetzt nicht gehen. Nein, er wird Fans werden. Aber ich sage mal so, es würde schon passen. Ja, Ballbesitz-Fußball, das ist die Hoffenheimer Schule ein Stück weit. Dann ja auch, sagen wir mal, ansehnlicher Fußball. Das sogenannte und despektierlich klingt, etwas despektierlich ausgedrückte Spielermaterial ist vorhanden. Also das, ja, könnte ich mir schon passend vorstellen. Walter und Hoffenheim. Mal gucken. Er hat aber auch noch eine Aussage getätigt, was die Perspektiven des VfB angeht. Und die ist auch wiederum interessant. Da meinte er, die vorhandene Basis ist super. Der Kader hat absolut die Qualität, um direkt aufzusteigen. Aber natürlich geht es jetzt schon, aber natürlich geht es jetzt, schon jetzt strategische Entscheidungen zu treffen und vorauszudenken. Um große Ziele zu erreichen, die der VfB perspektivisch auf jeden Fall hat, brauchst du hungrige, willige Spieler, die etwas erreichen wollen. Spieler, die für diesen Verein brennen. Aufgrund der großen Konkurrenzsituation auf dem Transfermarkt, musst du als VfB Stuttgart sicherlich auch eine gewisse Fantasie entwickeln. Also da sind ein paar Sachen drin, die mir dann auch wieder zu denken geben, denn das Thema Integration der neuen Spieler, das haben wir ja auch schon mal thematisiert hier, dass es da Meldungen, sagen wir mal, von internen gibt, dass es nicht immer so gut funktioniert mit der Integration, weil der eine oder andere Spieler gar keinen Bock hat, sich groß zu integrieren. Und ja, auch mit diesen willigen Spielern, auch das Thema haben wir ja angesprochen. Sind die ein oder anderen erfahrenen Spieler beim VfB überhaupt noch willig, alles reinzuhauen? Sind die noch hungrig? Sind die Spieler nicht schon ein Stück weit satt und rufen eben nicht mehr die Leistung ab, die man von ihnen eigentlich verlangen dürfte? Wir haben da immer mal wieder davon gesprochen, dass der ein oder andere Spieler oder dass sich viele Spieler beim VfB gedanklich eigentlich als Erstligaspieler sehen und vielleicht gar nicht bereit sind, diese zweite Liga so anzunehmen, wie man das muss, um erfolgreich zu sein. All das findet sich ja ein Stück weit in dieser Aussage wieder. Ja, sehe ich auch so. Also das scheint ja ein Fingerzeig zu sein, dass er jetzt mit der fußballerischen Qualität des Kaders in Stuttgart absolut zufrieden ist, aber vielleicht mit der, wie soll man es jetzt nennen, persönlichen, menschlichen, charakterlichen... Charakter, ja, genau. Ja, zur Zusammenstellung dann vielleicht gemerkt hat, okay, das ist vielleicht jetzt nicht das, was du benötigst, um halt aufzusteigen und dann sind wir wieder beim ersten Zitat, ja, das Maximum aus der Mannschaft rauszukitzeln. Ja, Tim Walter, also wie gesagt, wenn es da noch weitere interessante Aussagen gibt, werden wir das auch noch mal behandeln, das Thema. Mir fehlt er schon ein Stück weit, also ich glaube, ich habe mich ein bisschen verliebt in Tim Walter. Ich muss es einfach sagen, wie es ist. Also, ach, Tim Walter.